Oh, Senti, die Stadt wird immer größer, oder? Oh, ja, die Termine schmecken so lecker. Oh, ja, da hast du recht. Und, hä, hey, Freunde, seid ihr auch da? Freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und, Freunde, wie ihr seht, wir sind hier gerade im Park. Und hier wird immer mehr gebaut, wie ihr seht. Und, ja, bevor wir so richtig anfangen, Freunde, es würde mich super doll freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal ein Like geben könntet. Und, Freunde, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall tun. Und die Glocke aktivieren nicht vergessen, Freunde. Und, ja, Senti? Ja? Wollen wir vielleicht noch mal zeigen, was so neu gekommen ist wie da? Oh, ja, aber wo sollen wir da anfangen, ey? Okay, Freunde, warte, wir fangen einfach hier an. Also, hier, das Gebäude ist auch neu. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht. Hallo, Moment mal, wer ist das? Alter, Joe. Hey, Joe, was geht ab? Ich gehe hier lieber nicht rum. Oh, 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 oh. Was ist das denn hier? Warte mal. Äh, tschüss. Ich will es gar nicht erst wissen, ey. Irgendwie ist der mir komisch, der Joe. Hey, vielleicht hat er vor, unsere Stadt zu explodieren. Hey, unterstellt ihr mich direkt so was? Keine Ahnung. Oh, okay, oder auch nicht. Vielleicht will er uns helfen oder so. Oh, naja, hier ist noch ein Skaterpark neu gekommen. Cool. Oh, ein Skatepark. Das ist so cool. Aber weißt du was? Ich kann gar nicht... Hä? Oh, cool. Was ist das denn? So ein Skateboard. Ich wollte gerade sagen, ich kann gar kein Skateboard fahren. Hey, ich kann auch kein Skateboard fahren, aber egal. Cool, darf ich auch mal? Oh, je, das ist so ein fliegendes Zukunftsport. Boah, cool. Hey, ich bin so weit weg. Okay, ich habe Angst. Warte, wie gehe ich hier raus? Und zack. Sehr gut. Cool, okay. Hey, also hier ist das China-Restaurant, wie auch gewohnt. Von Xinglong. Sehr, sehr cool. Eine Portion Leif. Oh, ja, aber hey, stell dir raus. Es macht dich aggressiv. Stimmt. Okay, was ist noch neu? Die Pizzeria wird fertig gebaut. Und das Mario. Mario, it's me, Mario. Und wo ist Luigi? Hey, ich glaube, der hat in die Toilette hier runtergespült. Hey, cool. Okay, warte. Was ist noch neu? Nee, da ist der Zoo. Und was ist das hier? Oh, Daniel, ich weiß es nicht. Hier gibt es so viele neue Sachen zu entdecken. Ich glaube, das ist eine Metzgerei. Oh, warte mal. Das kann echt sein. Aber warum? Oh, oh. Guck mal nach oben. Oh, hier, was ist denn? Oh, eine Kanone. Und die ist auf die Schule gerichtet, Daniel. Denkst du, was ich denke? Oh, ja. Wir müssen nie wieder zur Schule. Attacke. Aber... Los. Die funktioniert irgendwie nicht. Hey, ich glaube, das sind nur Dekorationen. Ach, Manu. Dann musst du halt eine eigene bauen. Ich auch. Nein, Spaß. Okay. Hey, warte mal. Hier ist der Eingang. Ich glaube, das ist wirklich eine Metzgerei. Ja, ich glaube auch, hier kann man sich so Fleisch kaufen. Okay. Oh, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal raus hier aus der Stadt, okay? Oh, je. Ab geht es. Oh, aber irgendwie, weißt du was? Ich bin doch müde. Hä, Daniel? Du bist jetzt schon müde. Der Eingang fängt gerade erst an. Ja, weißt du? Ich habe viel zu wenig geschlafen heute. Ach, Manu. Du hast doch vier Monate durchgeschlafen die ganze Zeit. Ach, Quatsch. Ich habe gearbeitet den ganzen Tag. Ja, ja. Ich habe mich doch gehört auf deine Toilette die ganze Zeit. Hey. Okay. Aber weißt du was? Wir können später wieder rausgehen, okay? Hm, okay, Daniel. Dann mache ich auch ein kleines Mittagsschläfchen. Ich lege mich nur ganz kurz aufs Ohr. Bis später. So, bis dann. Oh, Leute. Ich bin echt mega müde. Und warte einmal hier hoch. Entchen Momo. Hallo. Und... Gute Nacht. Oh. Hä? Hallo? Ist hier jemand? Oh, was war das? Senti, bist du das? Oh, nein. Oh. Hallo? Wo bin ich hier? Oh, aua. Mein Popo. Senti, was warst du denn hier? Wo sind wir? Daniel. Und... Moment mal. Hey, unsere Stadt sieht ja cool aus. Hey, gar nicht. Warte mal. Was ist passiert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, ich weiß nicht. Ich war irgendwie zu Hause und... Ich habe irgendwelche Geräusche gehört. Ich auch. Und dann... Dann kam der Killer zu mir. Killer. Wir wurden vom Killer entführt. Lass uns hier raus, du Killer. Der hat uns eingesperrt. Und guck mal, da ist sogar eine Bombe vor der Tür. Wie sollen wir hier jemals rauskommen, Daniel? Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Hey, hier sind Kameras. Lass uns hier raus, Killer. Genau. Lass uns hier raus, ey. Oder ich spuck auf die Kamera. Ich auch. Warte, ich mag Pupsekaka da drauf. Yeah. Haha, aber... Ich glaube, das bringt uns nicht so weiter. Ich weiß. Aber was sollen wir hier machen? Guck mal, wie gruselig es hier aussieht. Oh, ich will hier nicht sein. Oh, okay. Warte mal. Wir brauchen einen ruhigen Kopf. Okay. Was sollen wir machen? Hilfe! 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 Wir brauchen Hilfe! Hört uns denn jemand? Oh, ich glaube, wir sind viel zu weit unten im Boden. Kann das sein? Oh, ich weiß, Juni. Die Blöcke sind viel zu stabil, um die aufzubrechen. Ja, und ihr ist Lava. Ich glaube, der will uns umbringen. Hey, das fällt ja früh auf. Hey, ja, was soll ich denn sonst denken? Manu, du bist doch Feuerwehrmann. Du musst irgendwas machen. Hast du das gehört? Oh, was denn? Ich höre gar nichts. Warte mal. Kommt dir das nicht komisch vor? Oh, was ist das? Irgendwie, die Lava, die ist gar nicht heiß. Kann das sein? Warte mal, stimmt. Geh du mal rein. Bist du dir sicher? Ja, ja, los, mach schon. Aber was, wenn ich verbrenne? Ach, nie, da würde schon nichts passieren. Hey, du gehst rein. Nein! Oh! Aua, 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 ich werde schwer. Ich bin tot. Warte, was. Warte, ich bin jetzt mal raus. Ein Drahtschneider? Oh, schnell hier raus. Aber was können wir damit machen? Ich weiß nicht. Den Laser können wir nicht durchtrennen damit. Mach erst mal die Kameras aus. Warte mal. Und? Zack, schnell, schnell, schnell. Perfekt. Und zack. Aber da hinten an die Kameras komme ich gar nicht ran. Oh, oh, egal, egal, wir müssen irgendwie raus. Aber was machen wir damit jetzt? Warte mal, ist das auch Fake, Lava? Äh, diesmal gehst du gucken. Aua, Aua, ich bin tot. Es ist Wank. Moment mal. Yippie, Lava-Band. Warte mal, ist hier auch seine Stufe? Ja, hier. Du glaubst auch an irgendwas. Moment mal. Level 5 Schlüsselkarte. Wow. Cool. Okay, warte mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen mit dem Drahtschneider die Bombe entzünden. Eww, das kenne ich von Filmen. Oh ja, aber wie kommen wir durch den Laser? Hm, Mission Impossible. Okay, ei, ei, Roger, Bananenbrot. Wir müssen irgendwie rauskommen. Okay, warte mal. Wir sprinten einfach durch, okay? Bist du verrückt? Nein, ich bin verrückt. Ha! Hä? Moment mal. Ich glaub, das ist Fake-Laser. Die ist ja alles Fake. Ihr könnt ja sich nicht mal anständig einen Laser leisten. No, du schaffst es. Perfekt. Aber nicht so an die Bombe. Ich glaub, die ist nicht Fake. Ach, die ist bestimmt auch Fake, oder? Nein. Oh, warte mal. Und... Zack, 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 zack. Okay, Sandy, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und... Wo schaffst du das? Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist wirklich mega schwer. Ich muss mich konzentrieren. Oh, je. Denk an eine Banane. Banane. Bananen-Power. Let's go. Ich hab's geschafft. Yeah. Oh, mega cool. Ich hab die Bombe entzündet. Und, okay, bitte pass die Karte. Und... Komm schon. Perfekt. Wir sind durch, schnell. Sehr gut. Ab nach draußen. So ein schweres Labyrinth. Ich hab mich verhört. Hilfe. Hä? Hey, das ist doch ganz... Hey. Oh, stimmt. Du Quasselkopf. Okay, aber... Euer Ende ist nah. Yippie. Unser Ende ist nah. Juhu. Das war nur eine Warnung. Äh, okay. Liebe Grüße, euer Killer. Senti? Oh, wir hatten recht. Der Killer hat uns hier wirklich entführt. Aber... Nächste, raus hier. Weg hier. Ah, rennen. Dann geht die Tür auf. Autschi, nicht mal ein Popohaun. Rennen und erleben und erleben. Und wo sind wir hier? Warte mal. Wir kommen nie wieder zur Stadt zurück. Doch, da vorne ist die Stadt. Oh, cool. Okay. Freunde, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir haben es rausgeschafft. Mega cool. Und ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall tun. Und aktiviert die Glocke nicht vergessen. Schaut unbedingt bei Centex vorbei. Da haben wir auch noch mega coole Videos gemacht. Und ja. Damit würde ich sagen, bis morgen. Und tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Okay.